ich muss erst mal einen freien platz finden um in die andere richtung von der sonne weg ja ich muss erst mal einen freien platz finden sehen wo die sonne ist sagte er ist eine andere richtung gelaufen muss genau in die umgekehrte richtung wenn ich das mal so sagen darf ich sehe da siehst du mich jetzt nicht mehr weil du zu weit weg bist okay dann komme ich zurück und so aber irgendwie breitet sich das feuernetze wirklich stark aus doch doch ich sehe es auf der map es wird bei mir als pinke punkt angezeigt also pink gleich gefahr so wie es gewohnt bin die pinke gefahr die pinke gefahr nicht zu verwechseln mit der pinke gefahr sind doch kleine kinder oder dazu zusätzlich sind kleine kinder nicht nur eine pinke gefahr sondern auch eine kurz gefahr eine beiß gefahr eine haarzupf gefahr eine furz gefahr und alles irgendwie du kennst nur komische kleine kinder seht ihr mich wieder auf der map also ich laufe von der sonne weg genau ja lauf mal richtung mond warte warte episches bild episches bild mit pädobär mit pädobär mit fisch ich wollte immer mal ein bild von denen gescheit ist so jetzt habe ich eins wunderbar ich habe mich bestimmt schon fünf mal angezündet das finde ich gut das ist aber auch schön so wir sind im sumpf wir sind in einem sumpf ja genau deswegen wollte ich ja hier hin genau deswegen die irgendwie die die aufladung vom feuerzeug erhöht wie oft man das benutzen kann das weiß ich nicht ich komme jetzt gerade im sumpf an perfekt einfach weiter richtung mond laufen eigentlich würde ich noch ganz gerne im waldbrand beobachten kannst du auch wir kämpfen hier im sumpf einfach gegen nur slimes und skelette und so weiter siehst du den baum da da ist auch irgendwas schief gelaufen welchen oh ja doch das breitet sich ein bisschen aus auch nicht so stark wie ich gehofft hatte hier übrigens die perfekte gelegenheit die seelosen mitzunehmen eine schere mit ich habe ich kann ja so geben moment ganz einfach abfahren und hier da ja dann kann ich dann habe ich mein inventar voll wenn ich dann nur seelosen mitgenommen habe dann warte wo bist du in seelosen komm mal her weil ich bin noch die seelose und die da auch noch die da auch noch wieder und die da und die da und die da bin ich so so berauschend wie ich mir das vorgestellt habe hier komme ich komme ja ich komme okay ich komme jetzt auch ja hast du samen jetzt verstehe ich nicht falsch ja fünf da bitte ich gebe dir meine sagen blumen gelbe blumen habe ich keine braune pilze braune pilze habe ich 19 ich bräuchte mal hilfe karotten dort habe ich keine eisenbarren hilfe fehlen hilfe ein eichenstämme wir kommen klein ja ich bin auf einem herz und habe kein essen mehr bist du da hast du dich auf einem halben herz da bist du hier sind mehr fliegen bin ja dann komm mal zu uns ja ich versuche ich sehe dich ich sehe dich ich bin da keine sorge eine sorge und alles klar ich habe mich wohl vom schleim erschlagen vom schleim so also in jetzt quasi nicht mehr in eurer nähe und teleportieren ja das ist sinnig beziehungsweise er hat ja auch hier op rechte weil sheets aktiviert und so mach mal slash tp oder shippie wo kriege ich damit her da skelett ich bin schon da habt ihr mein zeug ich muss gerade jan retten das war knapp wesentlich sauberer ja weil ich ein bisschen von deinem dreck aufgehoben habe ja ich auch hier liegt noch zeit im wasser noch auch hier wo ich bin ja ok creeper 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 bei mir bei mir bei mir ich muss erst mal kartoffel essen hier liegt noch eine spitzhacke genau hier ja 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 ich sehe es kommen zu dir rettung nach die karotten geben irgendwie mehr hp als kartoffeln wahrscheinlich wenn man kartoffeln ist man backen sollte wir sollten jetzt noch mal besprechen was wer hat ich habe hier slime balls hat jemand rote pilze nein fäden ja knochen nein ja ein zombie fleisch nein habe ich dabei rote pilze nein federn nein eisenbahnen hast du ja ja hieß irgendjemand ja kies auch jetzt hat sie den kies bekommen sorry ich gebe dir hier kies und eisenbahnen hält sich hier nämlich auch gerade hat man brauchte hat er noch kohle zur not und ja kohle habe ich auch noch diesen 1 halben stack kohle den ich habe auf euch beide das ist schon mal ein platz bei mir mehr da hinten ist noch slime da hinten ist das ist noch rest hitze ich gehe nur noch schleim töten ok rest hitze da drin ich wollte dann südöstlich laufen da geht der sumpf nämlich noch viel weiter wenn du mir in den weg läuft dann wundere dich nicht wenn du gehützt wirst also ich bin ich bin die ofentante ich habe ganz viel wo wir jetzt gucken ob wir schnell eine hexe sehen werden weil ich reise ist egal jetzt nacht haben wollen wir noch mal schnell eine hexe gucken wir laufen jetzt südöstlich die sind bei hexenhäusern es gibt hexenhäuser ok zu mir hat vorhin auch ein erschlag habe ich doch richtig gesehen ich habe gerade erst seine füße gesehen doch mal ein slime kraften kommst du ja ich bin auf dem weg ja ich finde die szenerie halt so schön ich möchte es genießen ihr habt ihr dreckigen slimes ihr bösen bastarde wenn du slimeballs hast kannst du dich auf mich abwälzen ja ich habe genug slimeballs und ich hätte auch noch tnt im angebot also hier gunpowder schwarz pulver ich nicht ich habe hier rechts neben dir karsten habe ich noch eisenbarer du bist du dein slimeballs habe ich schon die hast du schon ja manchmal höre ich das geräusch irgendwie nicht sehr komisch da ist noch ein slimeball im wasser egal ich nehme mir jetzt mal mit gibt mir nachher so kommen wir da nicht her ja hier ist doch der dschungel wo wir herkommen nein 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 wir haben eine map ach gottchen ja soll ich mal in die richtung gehen und gucken wollen wir da rein ja gehen rein möglich mehr ein zwei fackeln geben wo bist du denn hinter dir danke ein zwei fackeln also in meine richtung ist nix mehr wir waren noch am fackeln austauschen hier ist auch nix eben die kohle mit aber das mache ich auch gerade doch hier ist was ich sehe es gerade erst oh ja hier ist was jetzt noch weiter ach da soll ich zwar gerade machen aber gut bist du bist der der aufräumer vom vom hoher skelett sand ist sand ah wasser ok da ist offen sind die richtung nix mehr die andere waren nicht unterwegs glaube ich da hinten ist das ist noch wasser aber mehr auch nicht nur wasser ja ich habe hier den sand kaputt gemacht und dann oben ist die oberfläche ok dann gehen wir wieder anken das heißt oberfläche oben ist kohle hier unten ist auch noch kohle und hier ist noch ganz viel kohle hier geht es noch weiter ja mein wecker der mich nicht hört und mich nicht sieht ich bin irgendwo hier ich sehe dich wow ich hab mal meinen wecker ausmachen ah da bist du lang die uhrzeit für den wecker zum aufstehen äh schon einige tage her dass ich ihn gestellt habe vom letzten wochenende ledermaus kloppt nix ne nee hören sich nur süß an beim töten mal treffen würde mal treffen würde da da ist noch eisen gut dass ich keinen platz mehr habe wow creeper das hört sich gut an was kam der denn her keine ahnung ich hab's nur gehört nicht gesehen war hier nebendrin hier keine ahnung so wir haben ganz viel kohle jetzt war das nicht vorher schon? nee jetzt haben wir noch mehr kohle ja immer mehr kohle haben wie lange war nix oder was? nee ok da geht's wieder raus verstehe so wollen wir raus oder was? oder wie? ja ja das war ja das ende jetzt von der höhle ich hab noch nicht ich weiß nicht ob wir alles alles hatten äh hat jemand noch was äh gebratenes zu essen ich hab noch rohes Zeug ja ich hab gebratenes zu essen auch noch ich glaube wir sollten heim und in eine andere Richtung sonst sind wir zu weit von zu hause weg ich hab noch was ich hab noch mal nicht mehr die 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 ich